Servus Freunde, was geht ab und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Bomby's Treasure Cruise. Der Jamscot war da, dumme Kinder schreien draußen rum. Wir summeln jetzt für Ruffy. Wie ich es euch gesagt habe, mich haben gestern schon für Shanks gesummelt, aber wir summeln jetzt für Ruffy, der Jamscot war da. Mal gucken, die Waifus sind auf jeden Fall Priu 1. Ihr dumm. Okay, wir ranten jetzt nicht über Kinder. Aber Kinder sind schon ein bisschen nervig. Mal sehen, was wir so summon heute. Ich habe keine Ohren Erwartung. Ich werde den Jam dann später noch haben. Ein Jam. Handy gleich leer. 15% Akku. Keine Legend hier. Doch eine Legend. Mal sehen. Oh, what? Someone hat sich jetzt schon gelohnt. Der neue Ace. Für mich neu, für euch nicht so neu. Aber der Ace. Der Ace ist auf jeden Fall stabil. Der Ace ist auf jeden Fall mega, mega cool. Ja. Mal gucken. Vielleicht machen wir zu dem Ace auch Videos. Das sollte nicht allzu viel versprechend aussehen. Noch ein Lime Juice. Okay. So. Ja, der Lime Juice ist okay für das neue Dingens. Für neue P.K.A. Booster. Ah, guck mal. Der war der erste Mal, die war doch schon kein Shaft. War doch schon ein Ace dabei. Das nimmt man mit. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Die gleiche Animation noch mal. Alright. Mit einem Cut-In nur. Ich hasse die Cut-In's wirklich. Die Cut-In's sind so Angel Bay. Schaut euch diese Multis an. Oh mein Gott. Einfach nichts. Oh, den hatte ich noch nicht. Das ist der Rare Recruit von Kaido, wenn mich nicht alles täuscht. Nice. Den nehme ich an. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Unsere Sugo. Hier. Zeig mal. Whatever. Ja. Oh nein. Ihr seht schon. Ihr seht schon an den Stats. Okay. Ich speichere mir den trotzdem mal ab. Ja. Mal sehen. Oh. Oh. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gold. Ah. Ich habe schon ein bisschen auf G5 gerade gehofft. Ah. Zwei Reds. Nice. Drei Reds. Nein. Okay. Zwei Reds. Ich habe schon ein bisschen auf G5 gerade gehofft. Ich habe schon ein bisschen auf G5 gerade gehofft. What? What? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Was? Was? Wir haben ihn. Let's go. Oh mein Gott. What the fuck? Was? Let's go, Jungs. Wir haben ihn. Hey. Hey. Ach komm. Verpiss dich, Digga. Alter. Das hätte aber eine G5-Animation sein können, ne? Das hätte aber eine G5-Animation sein können. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Mit dem Charger. Let's go, Freunde. Super erfolgreiches Summoning. G5-Ruffy ist da. Oh mein Gott, Alter. Gestern noch für Shanks zusammen und trotzdem den Ruffy bekommen. Ruffy so. Komm, Bruder. Ich weiß doch. Du willst mich. Let's go, Freunde. Let's go. Oh, bin ich happy. Ich bin super happy, Freunde. Oh mein Gott. Let's go. Holy shit, Alter. Im dritten Multi. Was geht? Wir werden auf jeden Fall jetzt noch einen Gem farmen. Alter, wir haben einfach Ruffy gezogen. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ne? Holy shit, wir haben einfach Ruffy gezogen. Mega, mega geil, Freunde. Wir sehen uns gleich, wenn ich einen Gem habe. Musik